Okay, auf Anfang und dann let's go! Schönen guten Abend, Herr Obdenhösel. Schönen guten Abend. Einen guten Abend wünsche ich. Themen, die uns alle beschäftigen am Montag. Themen, die uns alle beschäftigen morgen. Themen, die uns alle beschäftigen heute. Entschuldigung. Themen, die uns alle beschäftigen in 14 Tagen. Hi Matthias. Das stimmt irgendwas nicht. Ne, nochmal. Freuen Sie sich auf unsere Gäste und unsere Geschichten? Und Ihre Geschichten. Das ist auch richtig. Aber wieso? Die Gäste hören halt unsere Geschichten. Jetzt auch endlich mal. Ich kam neulich. Man sollte dazu an Licht tanfen. Das ist nicht der Lauf. Hast du einen Song, den du liebst, der dir aber peinlich ist? Santa Maria von Roland Kaiser. Könnte ich immer singen. Könnte ich gar nicht weitermachen. Santa Maria. Maria. Inseln, die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. Okay. Ein Teil von Zoll steht hier. Und der noch viel schönere Teil steht oben. Schon mit Gästen Linda. Lass uns nicht die ganze Zeit über Fußball reden. Lass uns essen. Genau, lass uns essen. Du hast recht. Linda hat immer Hunger. Warte, du hast... Was denn? Schuppen? Gut, da fang ich gar nicht mehr mit an. Man kann bei diesen beiden überhaupt nicht sagen, wer ist jetzt der Good Cup oder der Bad Cup. Die nehmen sich wirklich nicht viel. Das ist so strange. Das ist sehr weird. Ich sehe meine Hand. Das ist so crazy. Toll, lol, lol, lol. Gut, oder noch mal? Ja? Oder was? Nee, was ist? War nichts gut? War alles gut? Alles gut. Dann ciao. Dankeschön. Dann machen wir es nochmal von vorne. Nee, bloß nicht von vorne.